Der rund 363 Kilometer lange Neckar ist sowas wie die blaue Lebensader. Für Baden-Württemberg ist ein Wirtschaftsstandort, ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Er ist wichtig für Freizeit, für Tourismus, für Erholung. Und wir haben den Eindruck, in den letzten Jahren das Interesse der Bürgerinnen und Bürger nimmt wieder zu. Rund fünf Millionen leben entlang des Neckars. Am Neckar nimmt das Interesse zu und es freut uns natürlich. Und die Menschen haben ein Interesse daran, dass der Neckar wieder naturnäher wird, dass sie ihn wieder besser erleben können. Und das ist der Grund, warum wir vor einigen Jahren die Initiative Unser Neckar gegründet haben. Mit dem Ziel, den Neckar wieder naturnah zu gestalten. Die Menschen, die entlang des Neckars leben, zusammenzubringen, die sich für diesen Fluss engagieren. Und letztendlich ist er ein Schatz für unser Land und für den es sich lohnt, sich stark zu machen und sich einzusetzen. Das ist eine Schatz für den Neckar. Das ist eine Schatz für die Menschen. Das ist eine Schatz für die Menschen. Das ist eine Schatz für die Menschen.